Hallöchen liebe Freunde, meine Batterie ist gleich leer von meinem Telefon. Mal ganz kurz kratzen hier. So, schön, dass du wieder mit dabei bist bei Minecraft, bei Onkel Poppy, hier auf dem Kanal. Und wenn du dich wundern solltest, warum meine Truhe hier gerade als Geschenk eingepackt ist, heute zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir den Übergang vom 23. auf den 24. Dezember. Und der 24. Dezember war ja Weihnachten. Richtig. Und nicht, dass du dich wunderst, ich nehme jetzt nochmal eine Nacht auf. Ich wollte eigentlich aufhören, weil ich eigentlich zur Arbeit muss morgen nochmal so. An Heiligabend muss ich ja nochmal arbeiten, natürlich. Ich ame Sau. Oh, ich weiß. Und das ist halt einfach der Punkt. Ich bin gerade so fickrig auf dieses Spiel, dafür, dass ich nie etwas damit anfangen konnte. Jetzt bitte nicht wundern, diese Geräusche. Ich mache nebenbei noch ein iPhone fertig. Scheiße. Genau, das wollte ich eigentlich vermeiden. Alles klar. Hauptsache, du installierst dich, du Scheißding. So, ich habe nebenbei noch mal reingeschaut in... Achso, da können wir hier die Kohle schon mal reinschmeißen. In die Wiki. Ich habe mal in die Wiki geschaut. Und habe dort... Birkenholz, Bretter, Erde. Und habe dort... Oh, ein rotes Geschenk. Vielleicht kriegen wir auch zwei rote Geschenke. Und habe dort... Achso, passt da gar nicht rein, ne? Können wir die genau übereinander? Genau übereinander geht nicht, ne? Ha, geht nicht auf, Arschloch. Und habe dort rausgefunden, was ich dafür brauche, um glorreiche blaue Farbe herzustellen. Entweder gehe ich wieder runter in die Erde und buddel nach diesem Lapu... Wie heißt das? Lapu-Zalli oder sowas. Und... Oder aber ich suche mir eine blaue Orchidee. Das ist natürlich nur die Frage, wo wächst die blaue Orchidee, ne? Ja, finde ich voll gut. Wo wächst die blaue Orchidee? So. Ich glaube, das wird mal so eine Hölzkiste oder so, ne? Alles klar. So, ähm... Ja, jetzt haben wir eigentlich Tag, ne? So, jetzt die Sache. Wo wächst die scheiß blaue Orchidee? Wo kriegen wir die her? Huch, eigentlich wollte ich ja hier lang laufen. Haha, passt. Ähm... Oh. Das ist nämlich jetzt die große Frage. Wo finde ich die? Weil ich würde schon gerne hellblau machen, ne? Wenn ich jetzt diese aus der Erde hole. Aber ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Wie La Puzzalli oder so. Wenn, äh... Lach mich bitte nicht aus. Ich hab keine Ahnung. Wie spricht man sowas aus, ey? Ähm... Aber ich hab gedacht, ne, hellblau ist geiler. Ne? Wenn du so hellblaue Fenster hast, ist es bestimmt deutlich cooler. Als wenn du so dunkelblaue Fenster hast. Ich hoffe, ich kann das zumindest mit den Fenstern kombinieren. Mit den Gläsern. Da geh ich jetzt einfach mal von aus, dass man das machen kann. Ansonsten werde ich es bestimmt gleich schmerzhaft selber feststellen und mitbekommen. Ob das hier nach haut oder nicht so. Zumindest haben wir da schon mal rot. Ei, guck mal, wie viele Tulpen das hier gibt. Hübsch. Hübsch. Und hübsch. Aber wo gibt es blau? Blau, 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 blau. Ist ja irgendwie so ein bisschen... Ja, das finde ich schon angenehmer hier. Das sind doch schon bessere Mucke. War ja voll lahm eben. Also da muss ich nochmal gucken. Die Playlist muss ich tatsächlich nochmal komplett auseinander nehmen. Man kann ja irgendwo, ich muss nochmal gucken, irgendwie war das doch möglich, hier so eine Zoom-Taste zumachen, dass man das mal so ein bisschen ranzoomen kann. Das weiß ich auch. Aber da muss ich nochmal schauen, wie und wo. Ich glaube, das war nicht von Haus aus mit dabei. Kann das sein? Ey, Hallöchen. Auch mal ein Loch. Hast du keinen Bock? Okay, dann eben so. Ich wollte eigentlich, dass du hier mal ein Loch reinmachst. War da noch irgendwo so ein Vieh, ne? Kann das sein? Oder habe ich mich da verstanden? Da oben ist er. Genau. So, nichtsdestotrotz suche ich blau. Ich hoffe, ich finde auch wieder zurück. Das ist das Schlimmste überhaupt. Dass ich Angst habe, nichts zurückzufahren. Aber hier ist nur Rot, Gelb und Weiß. Fuck! Scheiße, jetzt kann ich hier keine Gläser machen. Hier scheitert es nur an diesem scheiß Farbstoff. Was? Ich gehe gleich wirklich runter in der Erde und buddel danach blau, ey. Mann! Ey, das kann es doch nicht sein. Da hinten sind auch lauter. Oh. Ja, da gibt es mal richtig Besuch. Haha! Jetzt habe ich mich schon bald vor diesem komischen, vor dieser Kuh da erschrocken. So, vielleicht gibt es ja auch blau nur hier oben oder so. Schön, dass hier alle brennen. Jawoll! Komm doch her, do! Du Arschloch, do! Aber trotzdem, es ist für mich ein Unding, dass ich hier nicht so blaue Pfingst-Ox-Rosen da finde, ey. Was soll denn der Scheiß? Wo kriege ich das her, verdammte Hacke? Ey, ich kriege hier einen Vogel. Tschüpp, tschüpp. Gelb, 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 gelb. Rot. Ja, Mann, das ist ja voll blöd. Oh. Das wäre auch beinahe böse geendet hier. Dann hätte ich nämlich volle Kanone Melone abgekackt. So, ich renne jetzt, ihr sagt, ihr sitzt wahrscheinlich vorm Rechner und sagt euch so ein Pfosten. Zurecht, 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 zurecht. Aber gut, ich bin auch neu in diesem Spiel. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt, glaube ich, so die elfte Folge, glaube ich. Mö, mö, das war jetzt das iPhone, was sich hier gerade zurückgesetzt hat. Ich musste das nämlich mal neu installieren. Da hinten ist mal ein Haus. Das siehst du wenigstens. Das ist voll gut. Das ist vielleicht da auf so einer Wiese oder so. Ja, das dürft ihr bitte nicht vergessen. Also, ich bin totaler Minecraft-Anfänger. Aber wirklich totaler Newbie. Also, sollte ich mal in die Genuss kommen und mal irgendwie sowas in Richtung Waro oder sowas spielen dürfen, bin ich bestimmt der erste Tote. Also, hiermit bewerbe ich mich für Waro 3 als erster Toter. Also, wenn das mal irgendwann hier einer sehen sollte, ich bin gern dabei und bin auch gern der erste Tote. Hier ist das nicht dieses Ding? Ja! Alter! Gucke! Nee, wie billig. Das ist halt jetzt nicht wahr, ne? Es ist überhaupt nicht wahr. Ich glaube jetzt alles. Aber nicht, dass das so billig hier um eine Kurve gewesen ist, oder? Nee, wollte ich gerade sagen. Das ist was anderes. Das wäre jetzt zu einfach gewesen. Aber da können wir auch mal gucken, was da dann für eine Farbe rauskommt. Das können wir auf jeden Fall mal machen. So, Gelb haben wir. Ich brauche eigentlich noch Blau. Blau, 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 blau. Blüht der Endsee an. Jetzt haben wir hier ein Ei. Noch ein Ei. Das tut mir leid, aber ich brauche da noch mal ein bisschen Fleisch. Weil wenn ich nach Hause komme, dann kann ich noch mal ein bisschen kochen. Das können wir machen. Hier, du auch. Komm, piks, 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 piks. Immer schön ins Popo. Ins Popo, ne? Und irgendwann werde ich mir solche Leute wie dich auch noch mal anpflanzen, anbauen. Wenn man es mal so sagen darf. Hm. Wo wächst denn sowas? Wird ja die Frage nicht. Wo wächst denn sowas? Wo wächst denn sowas? Jedenfalls anscheinend und offensichtlich nicht hier. Also ich kann suchen, wie ich will. Finde ich nicht. Finde ich nicht. Scheiße. Ich hätte nämlich gerne hellblau. So, was haben wir hier drüben noch? Das ist die gleiche Scheiße wie vorhin, ne? Porzellansternchen. Ich nehme das mal mit. Mal gucken, was so dabei rauskommt. Vielleicht können wir es nochmal für was anderes gebrauchen. Oder vielleicht gefällt mir auch die Farbe, die hier rauskommt. Ich habe es jetzt nicht offen, die Tabelle. Die Farbtabelle, was wir jetzt wo rauskriegen. Aber vielleicht kann man es ja gebrauchen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, jetzt habe ich mich, glaube ich, komplett verlaufen. Jetzt weiß ich, glaube ich, auch noch nicht mal, wo komme ich denn zurück. Klopp. Ich glaube, ich muss da lang. Huch. Ich glaube, ich muss die hier irgendwo lang. Wasser. Wasser ist nie verkehrt. So, was haben wir hier noch? Ah, so ein Blümchen. Äh, Gänseblümchen meine ich. Oh, jetzt fängt es gerade so ein bisschen an zu leckigen. Hallo, leckigen. Leck. Leck. Warum leckt das rum? Jetzt sag ich nicht, wie in einem blöden Sonnenuntergang. Dann fresse ich aber einen Besen, Alter. So, ich glaube, ich muss hier erstmal wieder zurück. Essen habe ich ja genug. Scheiße, jetzt habe ich hier rechts auch mal einen rechten Monitor. iTunes offen. Das ist so hell. Da siehst du wieder nichts. Ups. Weißt du, leck mich doch am Arsch. Dann geh mal hier durch den Welt. Äh, Mauer. Die Mauer muss weg. Kacke, ich sehe nichts. Das ist hier so hell. Hey. Ein olles Skeletor. Oh, ein Spider-Man. Oh, alter, 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 alter. Du tickst wohl nicht mehr ganz richtig, wa? Und irgendwo hier ist doch jetzt auch die Küste, ne? Scheiße, ich habe mein Haus verloren. Scheiße. Da muss ich wohl dann nochmal auf den Berg hoch. Kacke. Kacke, kacke, kacke. Ich bin nach Hause. Ups. Ein mir völlig fremdes Gebiet. Ja, super. Jetzt habe ich es verkackt. Jetzt muss ich mir wahrscheinlich... Jetzt muss ich mir dann doch wahrscheinlich nochmal irgendeine ältere Folge angucken. Oh. Du klingst nicht gut. Oh, meine Kontaktlinsen wird gerade dreckig. Oh, Häschen. Hallo. Piep, piep. Jetzt muss ich mir wahrscheinlich doch echt nochmal eine alte Folge angucken. Wo ich die Koordinaten sehe, alter. Das gibt es doch gar nicht. Scheißen-Kacken-Dreck-Arsch. So, das ist die Küste. Da hinten. Alter, wie weit sind wir hier weg? Ich schlag mal die Richtung ein. Wenigstens habe ich mir noch ein paar Waffen gebaut. Ja, genau, 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 genau. Alter Schwede. Oh, äh, nee. Was bist du für einer? Vor dir habe ich Angst. Du tust mir doch nichts, oder? Nee, 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 bitte nicht. Bitte nicht. Also, ich... Ich kann nur irgendwo hier in der Nähe sein. Das geht gar nicht anders. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Aber das kommt mir hier sehr bekannt vor schon. Ha, hier weiß ich. Hoffe ich zumindest. Oh, oh. Das kommt mir hier sehr bekannt vor. Guck. Guck. Ich glaube, hier war ich schon mal. Doch, hier war ich, glaube ich, schon mal. Zumindest kommt mir das ja bekannt vor. Ho, ho. Wo kommen wir da hin? Wo kommen wir da hin? Wo kommen wir da hin? Scheiße, das ist nicht da, wo ich dachte. Äh. Fuck, Mann. Fuck, Mann, du. Och, scheiße. Jetzt habe ich mich total verhaspelt. Dann muss ich mir tatsächlich noch mal meine alten Folgen angucken, wo die Koordinaten irgendwie irgendwo... Ich glaube, letzte oder vorletzte Folge war das gewesen. Wo ich die Koordinaten mal gezeigt habe. Oh, was ist das? Sieht interessant aus. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Könnte man vielleicht noch gebrauchen. Was ist das? Aha, ich dachte eben schon. Wäre ich, Mann. Aber das kommt mir alles so verdammt bekannt vor, ey. Aber sieht wahrscheinlich alles gleich aus, ne? Kann das sein? Ah, da oben ist Schnee. Ha. Das kommt mir so bekannt vor. Schnee, Schnee ist, glaube ich, immer gut. Da war ich ja vorhin drauf gewesen. Da könnten wir Glück haben mit. So, da müssen wir, glaube ich, nur noch warten, bis es hell wird. Ja, gucke, das kommt mir doch bekannt vor. Oder ich war da in einer anderen Welt schon mal gewesen. Weil ich habe noch eine Parallelwelt. Eine Kopie von dieser Welt habe ich mir mal gemacht. Weil ich gedacht habe, ich könnte hier schon mal so ein bisschen vorlernen und vorzocken oder so. Aber offensichtlich wohl nicht. Alter, was geht denn hier los? Die stehen ja Schlange. Scheiße. Mach ich ihn jetzt. Aber wir wollen mal nicht runterfallen. Das wäre dann mal ein sicherer Tod. Alter, 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 alter. Pass mal auf, Macker. Pass mal auf, ja? Du willst Schläge oder was? Komm, hau ab. Kannst dir sonst was überlegen. Aber nicht mit mir hier, du. Spinst wohl. Ja, kriegst du, wa? Sau, sag du. Verfluchte Kiste. Ich habe mich verlaufen. Ich bin nach Hause. Ich bin zu meinem Mami. So, wie kommen wir da jetzt hin? Mö. Mö. Ich komme nach Hause. Oh, scheiße. Hallo? Na Hause. Ich bin nach Hause. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Was hat man da? Oh, es wird hell. Das ist gut. Es muss ja irgendwo am Wasser sein, aber ich glaube, hier war ich doch auch gewesen. Oder sieht das hier alles so gleich aus in dieser Welt? Das kann doch nicht wahr sein. Scheiße. Oh, Mann. Heiner. Die Musik, die passt auch gerade so toll dazu. Ich bin sogar so traurig. Ich habe mein Zuhause verloren. Ich weiß nicht, wo mein Zuhause ist. Ich weiß nicht, wo das ist, das Zuhause. Mein Zuhause ist weg. Wo ist mein Zuhause? Ich bin nach Hause. Hm. Okay, dann müssen wir uns noch was anderes einfallen lassen. Komm mal her. Wir gehen ja nicht auf. Wir finden unser Nachhause. Das finden wir. Essen haben ja Gott sei Dank so ein bisschen was mit uns. Und so ein bisschen Werkzeugmaterial haben wir ja auch mit. Also so ganz hilflos sind wir nicht. Jetzt gucken wir hier nochmal auf dieser Seite. Das kann ja nur irgendwo hier sein. Oh. Alter. Das kann ja nur hier irgendwo sein. Da geht ja gar nicht anders. So, mein Timer ist abgelaufen. Dann bleibe ich hier einfach mal stehen und bin jetzt bockig. Nein. Alter. Okay, wir nehmen mal den kurzen Dienstweg nach unten. Das ist zu schnell runter, glaube ich. Kann ich hier eigentlich vorsichtig gucken? Hm. Da braucht man dann doch die Pickaxe hier. Dann baue ich mich jetzt. Äh. Ich bin tot. Und jetzt hoffe ich, spawn ich in meinem Haus wieder. Yay. Ich bin zu Hause. Aber ich habe mein ganzes Zeug verloren. So ein Scheiß. Alles, was ich gesammelt habe, ist weg. Jetzt natürlich die Frage, wo war das? Hätte ich mir vielleicht die Koordinate nochmal anzahlt? Ich glaube, das war da irgendwo. Das geht gar nicht anders. Ich muss da gewesen sein irgendwo. Aber was sagt uns das? Die ganze Folge für den Arsch. Völlig umsonst unterwegs gewesen. Verschwendet und den ersten Tod gehabt. Na gut. Dann danke ich dir fürs Zuschauen. Ich wünsche dir noch einen schönen Samstag. Wir sehen uns wieder an der nächsten Folge. Wenn es dir gefallen hat, einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, natürlich wie immer den Daumen nach unten. Kritik gerne gesehen. Immer gerne gewünscht. Und wenn es dir doch so gut gefallen hat, abonniere mich ruhig. Dann verpasst auch die nächsten Folge nicht. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.